One Step to Book ist einerseits der Name eines Teilprojekts im Rahmen des von Börsenvereinen organisierten Prototype-Projekts, bei dem es um Innovationen in der Buchbranche geht. Andererseits ist One Step to Book der Name für eine Plattform, eine Plattform, die Kunden ein besonderes Erlebnis beim Kauf von Büchern bieten soll. Die Zielsetzung für uns in diesem Projekt war, eine Strategie und eine Konzeption zu entwickeln, was so eine Plattform ausrichten kann. Dabei haben uns zwei Ideen ganz besonders geleitet. Einerseits fanden wir, dass der Endkunde stark im Vordergrund steht. Wir wollen dem Kunden, wie schon gesagt, ein besonderes Erlebnis beim Kauf von Büchern bieten. Denn der Endkunde ist es am Ende des Tages, der den Erfolg einer Plattform ausmacht. Andererseits war uns aber wichtig, dass diese Plattform auch auf der Solidarität und Kooperation der verschiedenen Teilnehmer in der Buchbranche basiert. Verlage, Buchhändler und Zwischenbuchhändler werden nur gemeinsam stark sein, um der Marktmacht von großen Playern etwas entgegenzusetzen.